Letzte Woche habe ich euch eine fixen Flip-Wohnung gezeigt, welche wir kürzlich verkauft haben. Da habt ihr mich alle gefragt, wie viel hat die Renovierung denn gekostet? So, deswegen greife ich dieses Video und diese Wohnung nochmal auf und gehe Schritt für Schritt die Renovierungen durch. Ihr seht am Ende, wie viel alles zusammen gekostet hat und was so die Aufwände da waren. Als erstes ein Overhead, der extrem teuer ist, wenn man das das erste Mal macht. Also wir haben ja ziemlich viel Eigenleistung mit eingebracht, dementsprechend hat sich das Ganze ganz gut gelohnt eigentlich. Natürlich, hätte sich aber auch mit Handwerkern gut gerechnet, muss ich sagen. Da wäre halt der Gewinn nicht ganz so groß gewesen, aber trotzdem noch okay. Und so haben wir natürlich einen sehr, sehr guten Gewinn gehabt, denn wir haben sehr viel selbst gemacht. Und wir haben auch schon sehr viel Werkzeug dementsprechend und Werkzeug ist halt sau teuer. Und wenn man das alles noch dazu rechnet und für einmal kaufen muss und vielleicht dann behält oder dann nicht mehr weiterflippt, dann hat man halt natürlich einen Einmalaufwand, der ziemlich hoch ist. Das ist mal außen vor jetzt das Ganze, aber das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ganz wichtig. Also hier in dem Fall haben wir auch zwei neue Werkzeuge gekauft. Wir gönnen uns immer richtig, was Werkzeuge angeht. Also wir haben einen Fliesenschneider gekauft, so einen richtig krassen, professionellen, großen, wo man solche 90 auf 90 Fliesen schneiden kann, ohne Fräse. Also das ist so ein Diamantrad, das zieht man so drüber mit so einem Hebel mit ein bisschen Druck. Und dann bricht man. So was haben wir uns gekauft. Und noch eine Handkreissäge mit Akku. Das ist so eine ganz kleine Handkreissäge. Und mit der kannst du quasi so Laminat sägen vom Boden verlegen. Oder wie ein Parkett, genau was Parkettsägen. So ein dicker Parkett war das aus Echtholz. Und da hat das ganz schön gut durchgezogen. Wir haben davor immer mit der Stichsäge gearbeitet. Ich muss sagen, Stichsäge braucht man immer noch für so Heizungsrore aussägen und sowas. Aber für so Längsschnitte ist halt die Handkreissäge mit Akku mega nice. So, dann gehen wir mal vom Arbeitsschritt vorwärts nach rückwärts. Also was als erstes gemacht wurde. Als erstes wurde das Werkzeug gekauft. Als zweites wurden die Fliesen gestrichen im Bad. Also wir haben die Fliesen gestrichen im Bad nicht neu gemacht an den Wänden. Also nur gestrichen. Also es sieht eigentlich ganz cool aus mit Fliesenlack. Ist auch wasserabweisend und alles sieht nice aus. Dann haben wir die sanitären Einrichtungen abgebaut. Waschbecken weg, Duschverkleidung weg und Klo weg. Und im Boden, auf dem Boden haben wir neue schöne Fliesen reingelegt. 90 auf 90 Feinsteinzeug und das Ganze auch in der Küche. Also die Fliesen hinten an der Küchenwand gestrichen. Boden, Feinstein, Fliesen rein. Und ganz wichtig, vorher streichen, dann den Boden machen. Denn dann musst du nicht abkleben so richtig. Das Ganze hat in Summe 281 Euro und 94 Cent gekostet. Boden und Blende fließen. Als nächsten Step kam dran folgendes. Und zwar die Steckdosen alle neu. Also alle Steckdosen neu gemacht. Mit High Quality Steckdosen und die Lichtschalter alle neu. Und die Lampen alle neu an den Decken. Also machen wir immer schöne LED-Spots rein. Energiearm und sehen auch gut aus. Leuchten die Wohnung schön aus. Wenn man eine Besichtigung am Abend sein sollte, sagen wir immer lieber geiles Licht. Anstatt, dass es halt übrigens so eine Dunkelbute ist. Obwohl wir die erste Wohnung, welche wir jemals vermietet haben, haben wir mit der Handy-Taschenlampe vermietet. Und der Mieter hat drei Jahre drin gewohnt. Also so schlecht war es dann auch wieder nicht. Das Ganze hat uns gekostet 304 Euro und 93 Cent. Also auch relativ günstig. Dann kam dran, genau die Armaturen im Bad wieder dran. Also Waschbecken dran, Klo wieder dran. Armatur fürs Waschbecken und Dusche. Geile Dusche, Regendusche rein. War 1200,23,74 Euro hat das Ganze gekostet. Ich muss sagen, das ist relativ easy, das Ganze auszutauschen. Und kann man eigentlich ohne große Lernaufwände machen. Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, dann geht's. Aber ist easy. Lohnt sich auf jeden Fall da anzugreifen. Wir haben das Hochwertigste gekauft, was es so im normalen Endkundenhandel gibt. Also es sind schon richtig, richtig schöne High-Quality-Wasch-Duscharmaturen. Und wir haben noch, ganz wichtig, ein Heizkörper einbauen lassen. Ein Heizkörper, ein Handtuchheizkörper haben wir einbauen lassen. Das war da auch noch mit dabei. Beziehungsweise ich glaube, das war nicht dabei. Da fehlt. Da hat nämlich so 700 gehostet etwa. Da fehlt. Ein Handtuchheizkörper muss noch dazu von 700. Muss ich kurz in meine Tabelle noch eintragen. Was in diesem Fall der teuerste Step war. Der teuerste Step von allen. Ja, das war meiner. Und zwar die der Bodenlegen. Weil ich lege meistens den Parkett rein. Und das war echt teurer Boden. Hat 2.500 Euro gekostet. 2.471,25 Euro. Also schon, muss ich sagen, haben wir uns gegönnt hier den Boden. Aber Echtholzboden hat einen riesen Vorteil. Und zwar mit Sockelleisten noch natürlich dazu. Die waren da jetzt im Preis mit drin. Und zwar der Boden, wenn du so ein Echtholzparkett reinlegst. Das riecht so geil. Also hochwertig. Vor allem, wenn es halt neu ist. Wenn man dann reinkommt in die Wohnung, das hat so einen hochwertigen Eindruck. Kommt einfach, kommt geil. Also es lohnt sich auf jeden Fall da tiefer in die Tasche zu greifen. Etwas, wenn es zum Verkauf geht, im leeren Zustand. Weil es halt einfach hochwertiger ist. Wenn es eine Kapitalanlage ist, die vermietet, verkauft wird. Wo der Käufer eh nicht reingeht oder so. Kann man vielleicht drauf verzichten. Ein Parkett weglassen und ein Laminat nehmen. Dann zahlst du halt 800 anstatt 2, 4 oder 600 fürs Material. Und hast dann dementsprechend halt schlechtern Boden. Aber wenn das den Käufer nicht juckt, dann kann man da sich auch ein bisschen was sparen. In unserem Fall ist ein Eigennutzer eingezogen. Deswegen denke ich, war es auf jeden Fall nice. Wir hatten aber auch Kapitalanleger als Interessenten. Deswegen, ja, ich sage echt Holz. High Quality, ich mag es lieber. Und dann kam noch ein letzter Arbeitsschritt, den wir zum allerersten Mal gemacht haben. Dieses Mal bei den Wohnungen. Und zwar, wir haben Türen neu eingebaut. Also alle Türen in der Wohnung wurden neu gemacht. Also Zargen neu. Also Zarge ist das, was quasi die Tür in der Wand einfasst. Plus die Türen, Türblätter neu. Da haben wir drei Türen eingebaut. Eine Schlafzimmertür, eine Badezimmertür, eine ins Wohnzimmer, eine Tür. Die haben wir mit einem Lichtfenster genommen. Weil dann erscheint schön vom Wohnzimmer das Licht in den Eingangsbereich. Denn da ist kein Fenster. Aber wenn die Tür zu ist und man kommt heim, ist trotzdem ein bisschen Licht. Ohne, dass man das Licht einschalten muss. Weil das scheint dadurch die Scheibe durch. Deswegen ganz nice. Haben wir bezahlt für 795,18 Euro. Wenn ich alles zusammenrechne, komme ich auf eine Gesamtsumme von 6.665,12 Euro. Was in Summe eigentlich eine relativ günstige Sanierung ist. Bitte berücksichtige dabei, wir haben sehr viel Eigenleistung mit eingebracht. Könnten theoretisch mit zwei Mann in sieben Tagen so ein Ding durchochsen. Also die Renovierungsschritte, welche aktuell gemacht wurden, sieben Tage möglich. Ding ist halt, bei dieser Wohnung gewesen, das war ein relativ neues Baujahr. Wasserleitungen waren in gutem Zustand. Elektrik auch. Und die zwei Sachen, die sind halt sauteuer und kosten sauviel Zeit. Und wir hatten halt das Glück, die waren gut. Deswegen ist halt ein Einkaufspreis 2.000 Euro pro Quadratmeter oder 3.000 Euro pro Quadratmeter oder 4.000 pro Quadratmeter. Wo du halt herkommst, nicht immer gleich 4.000, sondern musst halt ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen. Und wenn halt die Elektrik und das Wasser neu ist, kann man nochmal 200 Euro mehr zahlen. Denn dann spart man sich halt hinterher bei der Renovierung riesen viel Stress und Aufwand und Kosten. Wenn wir hier noch die Stunden mit reinrechnen, rechnen es halt zwei Mann. Also zweimal sieben mal sieben Tage. Also man arbeitet ja nur sechs Tage in der Regel. Also zweimal sechs mal zehn Stunden sind 120 Stunden. In einer Woche ist das Ding durchgeballert. Also wenn man da noch einen Stundensatz zurechnet von 80 Euro, was kommt denn dann raus? Dann nochmal 10.000 Euro Kohlekosten und top, dann wäre das noch dabei. Ja, wir haben das jetzt nicht gehabt, weil wir es natürlich selber gemacht haben. Ja, also ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, das Video, und du hast was dabei gelernt. Und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Ansporn bekommen, dass du es mal selber renovierst, sowas. Und ein bisschen Hand anlegst.